Ich bin Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik und ihr kennt sicher das Problem, ihr habt vielleicht ein paar Laubbäume, also ich habe da ein paar mehr und man sieht auch, die schmeißen ordentlich Laub ab. Einen Großteil habe ich ja schon einen Reiter gemilcht, wo man bei einem anderen Video sieht, aber den Rest jetzt muss ich ja so weg tun, weil sonst wäre es irgendwann zu viel für den Rasen. Ihr habt dann nämlich folgendes Problem, wenn das jetzt länger liegt, es liegt jetzt schon fast lang, dann bildet sich so genannter Schneeschimmel. Das sieht man vielleicht hier ganz schön, das ist das Weiße und wenn ihr das Laub jetzt flächendeckend liegen lassen würdet, dann habt ihr das Problem, dass ihr über den Winter überall Schimmel kriegt. Macht ein Rasen kaputt, ist natürlich nicht gut. Es kommt oft vom Laub, wenn man größere Mengen Dolling hat. Jetzt zeige ich euch einmal, wie ihr das am besten beseitigen könnt, weil bei der Fläche wäre es natürlich mit Laubrechen ein bisschen sehr mühevoll. Ich benutze jetzt da einen Viertakt Freischneider von der Firma Honda. Große Vorteil gegenüber dem Zweitakter, da braucht es ja kein Gemisch, sondern Viertakt Benzin. Ist nicht so laut, wie ein vergleichbarer Zweitakter. Ist aber von der Leistung vergleichbar mit einem tragbaren Zweitakter. Man kann natürlich auch noch alternativ Akkugeräte benutzen, wo man halt bei der Fläche dann schon mehrere Akkus braucht oder einen großen Rucksack Akku, weil der einfach länger laufen muss. Wichtig ist, Schutzausrüstung benutzen. Also ich empfehle eure vernünftige Handschuhe dazu und so eine Gesichtsschutzkombination mit so Polycarbonatscheibe und Gehörschutz. Also ich nehme jetzt hier die von der Firma Oregon. Das ist von Preis-Leistung ein sehr guter Gesichtsschutzkombi. Den könnt ihr nicht nur fürs Laubgebläse nehmen, sondern auch Vertrimmer, Freischneider und andere arbeiten natürlich entsprechend. Jetzt werden wir mal das Gerät starten. Das ist ganz einfach. Das ist ein Leichtstartmotor von der Firma Honda. Hier einschalten auf eins. Schock zu machen. So ist der Schock zu. Ist auch hier nochmal abgebildet. Pfeilrichtung ist er zu. Wenn er kalt ist, wenn kalt startet. Dann da unten, da ist ein Primer. Da drücken wir drauf, bis der Sprit da ist. Das seht ihr hier am Schlauch. Dann zwei-, dreimal drücken. Dann ist der Vergaser schon voll. Dann braucht es nicht so lange anziehen. Dann hat der noch so eine Luftvorwärmung. Das heißt, wenn es unter 10 Grad plus hat, kommt der Schlauch hier rein. Wenn es wärmer ist, dann lässt es ihn heraus. Da es jetzt nur ein paar Grad über Null hat, lassen wir den Schlauch natürlich drin. Das verhindert, dass es Vereisungen am Vergaser gibt und das Gerät dadurch nicht gut laufen würde. Dafür ist das extra gemacht. Wir werden jetzt das starten und ich zeige euch dann einmal, wie man das Laub schön wegblasen kann. Da braucht man bloß in der Regel einmal leicht anziehen, dann den Schock rausnehmen, nochmal ziehen. Wichtig, ein bisschen warm laufen lassen, bevor man Gas gibt. Gas geben kann man hier mit dem Gashebel oder auf der Seite. Da ist auch nochmal ein Handgas, wo man einfach Vollgas geben kann, wenn man dann arbeitet, damit man nicht über den Hebel halten muss. Gas geben kann man nicht mehr. Gas geben kann man hier nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020